Die Morgensonne steigt am Himmel hoch und noch bevor der Hahn kräht, hört man in der Ferne Marschmusik. Was ist los? Aha, 1. Mai in Mille. Musik 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 Und was ist denn das, Frau Tog, wo die Musik wieder in Herrgotsfrühe ausspielt? Aha, Musikantenhochzeit. Musik 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 Flitterwochen oder Urlaub, so hat es heuer bei der Miliner Musik kaum getragen. Das Festzelt muss zu Pfingsten auch gestellt werden. Musik 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 Die Miliner Musik hat in Deutschland viele gute Freunde. Voriges Jahr sind die Musikanten bei ihnen auf Tournee draußen gewesen. Musik 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 Nach so viel viel Marschieren und Blasen brauchen die Musikanten eine Spannungspause in Millwold. Dabei werden aller Familienmitglieder mit Speis und Trank versorgt. Musik 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 Schade um die vorregnete Feier. Dabei haben wir heute wirklich einen hohen Sommer gehabt. Musik 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 Musik